So, hi Kinder, willkommen zurück zu einer weiteren Folge CSGO Matchmaking, jetzt auf das 2. Ich habe gerade eben schon eine auf Train gespielt, katastrophal, die Aufnahme habe ich direkt, direkt instant wieder gelöscht, weil erstens mal haben wir gefühlt eine Million zu Null auf den Sack gekriegt und zweitens gefühlt eine Million zu Null auf den Sack bekommen und zweitens eben waren das halt Toxic Kids und Ha, vor lauter Quatscherei, waren das so Toxic Kids und das lief einfach nicht und sie haben nur getrollt und gemacht und dann habe ich es einfach gelöscht. Ich habe ja eben schon eins aufgenommen auf, ja, das Video, was ihr halt zuvor gesehen habt, hoffe ich, wenn ich die Reihenfolge nicht vertausche. Da lief es eigentlich ganz gut, haben wir gerade noch so gewonnen, auf Nuke, genau, haben wir gerade so gewonnen. Hier scheint übrigens ein Deutscher im Team zu sein. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier was reißen können. Zehn Runden brauchen wir ja Minimum für unsere Coint. Alright, let's go, B. für unsere Coint und dass wir die aufwerten können, das sollte jetzt machbar sein. Jetzt lassen die mich hier auch noch allein. Ah, sorry guys. Ich hasse es so alleine zu sein, der Letzte. Oh, ich habe ja echt nichts gegen Sußen, aber dieses Daumen, oh, zugebeet, zugebeet, das geht mir echt um die Eier, ey. Nein, jetzt habe ich auch noch ein Zeus gekauft. Let's try B again, maybe? Also einen Deutschen haben wir hier mindestens. Stimmt, zwei, ja. Alles cool. Da. Da. Es ist only one guy left. Ich gehe mal planten. Dann schauen Sie mal. Let's try it, eh? Ah, short, noch einer. So, let's try it. 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 Let's try it.